Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Egal ob sie ihr Leben zu Wasser, zu Lande oder in der Luft hingegeben haben oder in Gefangenschaft verstorben sind, wir gedenken aller Menschen, die durch Gewalt, Willkür, Bondenterror oder Vertreibung umgekommen sind. Wir gedenken aller Zutaten des Bundesheeres, die im Einsatz für den Frieden in der ganzen Welt gefallen oder im Dienst tödlich verunglückt sind. Wir gedenken aller Angehörigen der Exhibitive und der Blaulichtorganisation. Wir werden Ihnen allen immer ein ehrendes und würdiges Andenken bewahren. Ich darf im Nachsatz noch ein paar Dankesworte vergessen, unberücksichtigt lassen, sondern im Blick auf ihn auch zu sehen, wie geht es eigentlich den Zeichen, die von ihm sprechen. Und das Kreuz ist ein sehr sprechendes Zeichen. Nämlich genau von diesem Weg, von dieser Logik, der Jesus gefolgt ist, so segnen wir nun dieses Kreuz. Herr, unser Gott, dein geliebter Sohn ist am Kreuz gestorben, um alle Menschen zu erlösen. Wir bitten dich, segne dieses Kreuz in alle Ewigkeit. Wir bitten dich, um alle chemische Klänge. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020